Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei TRP1. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Aus meiner Sicht müsste man versuchen, eine Verbesserung dadurch zu finden, dass man es elektronisch noch besser aufbereitet. Da gibt es wohl Möglichkeiten, die jetzt auch in der Erprobung sind. Und zum Zweiten, dass man es wirklich auf das Nötigste beschränkt. Aus meiner Sicht ist aber einfach ein bisschen überzogen. Das ist ein sehr sinnvoller Antrag, denn die Dokumentationspflicht hat immer mehr zugenommen. Und da gibt es jetzt Zahlen, dass nur noch 60 Prozent der Zeit wirklich für die Pflege aufgebracht werden muss. Und das ist viel zu wenig natürlich. Und deshalb stehen wir da voll und ganz dahinter. Isar 2, Gunt Remmingen, Grafenreinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Ich bin natürlich auch der Meinung, dass das Verursauerprinzip gilt. Und das sind halt die Werksbetreiber. Und die müssen in allererster Linie das machen. Die haben ja Rückstellungen gebildet. Ich glaube, 33 Milliarden sind es zurzeit. Und das ist jetzt einmal ein Vorschlag. Das ist rechtlich gar nicht so einfach, denke ich. Und das warten wir jetzt einmal ab. Ja, das finden wir eine absolute Unverschämtheit. Ich komme aus dem Landkreis Landshut. Hier stehen zwei Atomkraftwerke. Und es kann nicht sein, dass die großen Stromkonzerne jahrzehntelang die Gewinne kassieren. Und hernach, wenn es dann ans Zahlen geht und an die Risiken, das dann auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Und das war es von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns kommende Woche wieder hier bei TRP1. mit dem